Heute versuche ich in den Trial Chambers den Trial Key zu bekommen. Lasst ein Like und ein Abo da. Okay, wir gehen hier erstmal in die Wand rein. Ich denke, da sind die Trial... ja. Und hier ist direkt ein Zombie-Spauler. Zwei Goldäpfel. Okay, zwei Goldäpfel. Änder-Perle. Okay. Gut, okay, wir haben hier einen Emerald bekommen. Das ist der Trial Key. Der Trial Key. Ja! Oh, oh, oh! 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 Insgesamt richtig nicer Loot. Finde ich ein richtig cooles Update. Lasst ein Like und ein Abo da.